ja und damit ein ganz großes zahl und herzlich willkommen meine lieben zocker freunde zu einer weiteren folge the walking dead season 2 wir befinden uns in der episode 2 eingeteiltes haus kapitel 2 der eindringling lasst gerne like und nabu da und dann würde ich sagen los geht's clementine are you all right luke's not with you where's alvin what happened it's been hours where are they clem we got attacked by who walkers jesus pete got killed i was with nick but thank god where were you where were you exactly down by the stream we gotta go just hold on a minute my husband is still out there get the guns luke and alvin went out looking for you i told him not to go damn it luke clementine can you can you please watch sarah she's upstairs just distract her and don't tell her anything she gets nervous i'll take care of her you can trust me thank you you'll be safe inside just don't open the doors for anything we'll be back soon and thank you say cheese i found this under the house there was all kinds of old stuff it's so cool take one of me come on take one of me please sure get me in a good pose okay 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 i'm ready what's wrong um where's my dad clem you're scaring me they're just fishing i know that's not true clem you're scaring me they're just fishing i know that's not true sorry i i just need to you want to see what i found will you show me how to use it i couldn't find any bullets if something's wrong i should know what if i have to use one it's too dangerous everything is dangerous i need to know sometime you should let your dad teach you what should i shoot don't do that sorry 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 maybe i could practice outside there's that tree hey look back huh ob er es wirklich ist gehen wir mal runter mal gucken glaubt es nämlich nicht Das ist nicht Luke. Clem, ich glaube, ich kenne ihn. Er kann mich nicht sehen. Du musst ihn wegziehen. Was? Warum kann er dich nicht sehen? Hello? Clem, ich kann nicht respirieren. Ich kann nicht respirieren. Shhh. Hallo? Hallo, da. Wer bist du? Na, ich bin dein neighbor. Ein neighbor? Das ist richtig. Meine Familie und ich sind ein Weg nach dem Wasser. Ich bin mir noch nicht mehr überrascht. Was ist dein Name? Ich bin Carly. Carly? Das ist ein schönes Name. Das ist ein schönes Name. Das ist ein schönes Name. Ich bin alleine. Ja, ich mache mir selbst. Wirklich? Ja, ich mache mir selbst. Ich bin empfiehlt. Ich komme zum Schrauben. Ich arbeite für meine Leute. Sieben von ihnen. Sie sind weg. Ich bin froh, dass sie sich verletzt haben. Vielleicht hast du sie gesehen. Ein paar Farm-Boys und ein altes Mann. Spanische Mann und seine Daughter. Eine ruhige Frau. Wahrscheinlich, die unten am Fluss tot lagen. Und ein schwarzer Mann. Dieser groß. Und eine ziemlich kleine, älteren Frau. Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist ein Scham. Hast du sicher? Ich bin sicher. Einmal mit dem Brot. Es gibt ein Tornado. Es ist mir eine kleine B instauk messen. Aber ich bin nicht. Das war ein bisschen weniger. Man sieht aus. Ein haut junger Mann. Man sieht aus. Ich sage das auch. Ja, ich bin nicht. Ich kam auch nicht. Man stellt sich an, wie du hier noch rum spanst. Oder hast du hier dringend been through? Hey, hör, Kind. down by the river there there's a sweet little spot with a boat where we pitched camp got a few tents up and everything else and like I said I'm surprised we haven't run into each other how long have you been there been there for a good while now really hmm mm-hmm where does this go uh in the drawer there it's a real nice place kind of cozy I knew a guy that always wore shirts like this doctor real smug son of a bitch but a smart man what happened to him let's just say we had our differences sooner or later people close to you will find a reason to cross you happens every time well well white's in trouble three moves away from checkmate what was that I thought you said nobody's here I didn't hear anything I told you nobody's here seems that way didn't mean to be rude couldn't just leave you here with a good conscience if you're not going to be a good person I don't know if someone was poking around right sure who's this must be someone who lived here must be you have no idea who these people are do you I don't know what you're talking about let me ask you this when you met them how much did they trust you what's your point if people don't trust you how can you trust them well I think I've troubled you long enough I can let myself out why shouldn't I trust them you have a real good day now ja leute und das soll's gewesen sein mit der heutigen folge lasst gerne ein like und abo da und ansonsten sehen wir uns dann mit der nächsten folge wieder also leute bis dahin und ciao ciao and like 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 and